Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein, oder? In den Aal hier. Seven vs. Twilight Shuffle 3 wird eine Teams Edition Regeln und Location. Ich bin ja so unglaublich gespannt. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich habe das ja letztes Mal schon gecallt, dass ich geglaubt habe, ich habe keine internal Infos, als falls ihr das denkt, habe ich leider nicht. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht mal, dass es eine dritte Staffel geben wird. Boah, ich habe so, boah, ich will das alles wissen. Ich bin so neugierig. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt rein und schauen uns den Aal einfach mal an. Auch wenn ich das Video mit euch das erste Mal schaue, meine lieben Twitch- sowie YouTube-Zuschauer, aber ich konnte es leider nicht vermeiden, durch Twitter oder etwaige andere Social-Media herauszufinden, dass es Alaska sein wird und es eine Teams Edition ist. Deswegen, aber ich bin trotzdem gespannt und wir gehen rein. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, worum es heute geht. Vorweg aber noch eine wichtige Sache. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Und zwar gibt es einen offiziellen Seven vs. Wild-Kanal. Das Ganze findet nicht mehr auf meinem Hauptkanal statt. Ich will ein bisschen anderen Kram auch noch machen können. Sondern wir wollten ein aufgeräumtes gesampelt haben. Deswegen auf jeden Fall kurz Video pausieren in die Videobeschreibung. Jawollo, das machen wir doch einmal direkt, weil wir gute Seven vs. Wild-Zuschauer sind. Rein in den Aal. Wir sind Seven vs. Wild-Fan. Und einfach dem offiziellen Seven vs. Wild-Kanal. Ich hoffe, es gibt wieder einen Behind-the-Scenes. Schon mal Folgen, denn da laufen jetzt auch gerade schon die Uncut-Folgen der zweiten Staffel aus Panama. Und es ist auch schon was online. Könnt ihr schon mal reinschauen. Ja Leute, es musste passieren. Wir hatten Bock drauf und auch ihr als Community habt euch das Ganze gewünscht. Es wird eine Teams-Edition. Das heißt, dieses Jahr werden die Kandidaten in sieben Zweierteams ausgesetzt. Okay, geil. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass es 14 potenzielle Teilnehmer geben wird. Das ist crazy. Diese Teams sollen aus Freunden bestehen, aus Leuten, die sich kennen und die zusammen durch dick und dünn gehen. Die an der ganzen Sache wachsen und sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Boah, wen würde ich denn dann nehmen? Mit Kevin könnte ich mir auch vorstellen. Weil Kevin, glaube ich, Bock hat auf sowas. Toni, maybe. Wenn sie Bock hat. Isa, falls sie Bock haben sollte. Ich hätte auch Bock, mit Joris das zu machen. Also wenn man selber das wieder machen darf. Ich hätte Bock da drauf. Besonders jetzt, weil in der Teams-Edition, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, eine Möglichkeit hätte, so ein bisschen so ein Redemption-Ark zu kriegen. Und den Leuten halt zu zeigen, dass es halt actually an der Psyche lag und nicht an was anderem. Aber wäre geil. Vielleicht Felix, Philo. Wäre auch interessant. Denn ganz wichtig, schon mal eine Regel vorweg. Sollte ein Kandidat ausscheiden, den Knopf drücken, nicht mehr können, am Ende sein, verletzt. Wir drüber scheidet das komplette Team aus. Das bedeutet, ganz klar, es gibt keine Einzel-Isolation mehr, wie in Staffel 1 und 2. Das haben wir jetzt ja mehrfach gesehen. Auch wie Charaktere unterschiedlich sich verhalten in solcher Exemplation. Das wäre da nicht. Was passiert, wenn man jetzt zwei Leute gemeinsam in solch ein Abenteuer wirft? Ja, geil. Das heißt, wie kommen die zwei Personen so miteinander klar? Wachsen die über sich hinaus? Ey, wenn man so in einer Duo-Situation ist, das gibt einem, glaube ich, so viel Push. Da ist man so miteinander am Start, ey, das ist echt krass. Also ich könnte es mir richtig gut mit Joris vorstellen, actually. Das wäre crazy. Wir verstehen uns unglaublich gut, auch privat machen wir richtig viel. Oder falls es kein Influencer ist, würde ich meinen Freund mitnehmen. Der Mann ist, Digga, der ist crazy. Der ist crazy, der Typ. Der ist ultrasportlich. Der hat auch sehr viel Autoerfahrung. Das wäre ein Carry, der Mann. Gibt es Konflikte, eventuelle Arbeitsteilungen, sind gemeinsam vielleicht ganz andere Projekte möglich, die dort umgesetzt werden können? Alles viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt, was dort passieren wird. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam nochmal eine ganz kleine Zeitreise machen in die erste und zweite Staffel in Bezug auf die Isolation und auf die einzelnen Abbrüche der Kandidaten. Der erste Teilnehmer in Staffel 1, damals in Schweden, der ausgeschieden ist, ja, nach nur wenigen Minuten, könnte man sagen, war Niklas. Warum? Ihr erinnert euch, er hat am Baum geschüttelt, Verletzung auf dem Kopf, eine große Platzwunde. Ja. Und aufgrund der Position konnte er alleine einfach nicht einschätzen, ob das Ganze genäht werden muss oder nicht. Ja, das ist halt auch ein Punkt, der ja, glaube ich, richtig reinspielen wird. Weil selber, wenn du irgendwann so lange auf der Insel bist, du kannst Sachen halt nicht richtig einschätzen. Weil so oft hätte ich gehofft, eine Zweitmeinung haben zu können. Bei ganz vielen Sachen, auch bezüglich bei mir, der Gezeitenaufbau, wo baue ich das am besten auf? Oder auch einfach Fragen zu stellen, so, hm, wäre das jetzt schlau heute zu machen oder soll ich es lieber morgen machen? Wisst ihr, so viele Sachen, wo man so gerne einfach eine Zweitmeinung bekommen würde. Gerade auch bei Verletzungen und so, das ist halt unglaublich elementar. Wäre er zu zweit gewesen, hätte die andere Person das vielleicht begutachten können und Niklas wäre vermutlich nicht ausgeschieden. Das Problem ist, ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen, wie groß das ist. Die zweite Person, die ausgeschieden ist, ist Dave. Warum war das Ganze? Ich glaube, ein bisschen generelle Überforderung mit der Situation. Er hat auch ein paar grundlegende Fehler gemacht, vielleicht bei der Lagerplatzwahl, beim Thema Essen, Trinken und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dort in einem Zweierteam der Exit zu diesem Zeitpunkt nicht passiert wäre. Vielleicht ein bisschen später, aber ich würde behaupten, in einem Zweierteam wäre Dave dort auf jeden Fall auch nicht ausgeschieden. Die dritte Person, die raus ist, war Bommel. Warum genau? Irgendein Vieh war an seinem Zelt. Er hatte dann, glaube ich, irgendwas mit seinem Brustkorb, Herzschlag, dies, das. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen psychisch bedingt war, eventuell, was die Isolation angeht. Und auch da, glaube ich... Vielleicht Niklas und Bommel im Team? Wäre auch was. Ich wäre mir jetzt zu zweit gewesen. Mann, das wäre so geil, wenn Leute zurückkommen könnten aus den Staffeln, wenn man noch eine Chance kriegt. Das wäre crazy geil. Das Vieh am Zelt wäre nochmal eine andere Geschichte. Man ist zu zweit, man kann gucken, man hat einfach ein größeres Vertrauen in sich und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch in dieser Situation, wenn das Ganze ein Zweierteam gewesen wäre, kein Abbruch stattgefunden hätte. Ja, das ist Niklas. Und die vierte Person, die raus ist, war Fabio, aufgrund von Unterkühlung. Man muss dazu sagen, er hat sich natürlich eine ganz eigene Challenge gesetzt mit seinen zwei Gegenständen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort in einem Zweierteam das Ganze eventuell auch nicht so passiert wäre, weil man ja eine Arbeitsteilung gehabt hätte. Das heißt, man hätte doppelt so viel Feuerholz eventuell gehabt. Man hätte sich auch gegenseitig mit der Körperwärme wärmen können. Also eventuell hätte Fabio mit den gleichen Gegenständen im Zweierteam das Ganze auch geschafft. Kommen wir zu Staffel 2. Die erste Kandidatin, die ausgeschieden ist, ist Nova. Ganz klar, Isolation alleine kam nicht klar mit der Situation. Also auch hier in einem Zweierteam mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel wäre das vermutlich auch nicht passiert. Ich habe es euch gesagt. Größtes Problem bei mir war Psyche. Gebt mir jemanden an die Hand. Ich fick Alaska. Die in Staffel 2 ausgestiegen ist, war Sabrina, weil sie irgendwann völlig entkräftet ihren Shelter nicht mehr aufbauen konnte. Eventuell wäre auch da eine Situation anders gewesen, wenn sie zu zweit unterwegs gewesen wäre, weil man sich die Arbeit hätte teilen können und weil man sich vielleicht doch noch ein bisschen motiviert. So, worauf will ich überhaupt hinaus bei diesem ganzen Recap? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Exits, die bisher passiert sind, in Staffel 1 und Staffel 2, nicht passiert wären oder deutlich später passiert wären, wenn das Ganze zwei Personen, also eine Teams Edition gewesen wäre. Das würde ja heißen, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, diesmal haben wir auch eine Teams Edition, dann kommen ja alle durch. Und deswegen dachten wir uns, wir haben ja die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt. Dann verdoppeln wir auch die Anzahl der Tage. Lass uns doch auch gemeinsam einfach die Tage verdoppeln. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Dann ist es wieder auch eine crazy Challenge, weil bei 14 Tagen ist halt Essen auch elementarer, als es nur bei sieben Tagen ist. Was bedeutet in Alaska, man müsste sich Fallen bauen für, keine Ahnung, Kaninchen. Vielleicht kann man dort fischen, das heißt so ein Fischerkit, ganz wichtig. Feuerholzbeschaffung, weitaus elementarer. Kälte, wenn du da auch zum Beispiel das zu zweit machst, weil du über einen langen Zeitraum halt so unterkühlt bist. Crazy. Das heißt, 14 Tage lang pure Wildnis, Hunger und eventuell den einen oder anderen Konflikt. Wir haben eine Teams Edition, wir sind doppelt so lange draußen in der Wildnis. 14 Tage heißt es diesmal zu meistern. Und weil das alles noch nicht reicht und wir natürlich noch mehr neue Dinge sehen wollen, haben wir noch eine andere Entscheidung getroffen. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung spalten wir jetzt so ein bisschen die Community. Schreibt es gern auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben uns dazu entschieden, die kompletten Challenges, die Tages-Challenges, abzuschaffen. Ja! Das heißt im Endeffekt... Digga, diese Challenges haben mein Leben gefickt. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich hatte irgendwie schon so viel damit zu tun, irgendwie auf mein Leben klar zu kommen und mich so um Kleinigkeiten zu kümmern. Klar, es ist gut so ein bisschen für die Psyche, aber zur Ablenkung. Aber das hast du ja eigentlich dadurch, dass du eine zweite Person hast. Besonders die Leute, die dann gewonnen haben, haben sich halt durch wenige Punkte nur entschieden. Und ich finde, jeder ist ein Gewinner, der diese Zeit durchsteht. Ich finde auch, jeder ist ein Gewinner, I guess, der mitgemacht hat und der sich das getraut hat und der am Start war. Für mich ist ein Niklas auch ein Gewinner, definitiv. Genauso wie eine Sabrina und ein Dave und ein Bommel und ein Fabio. Das sind auch Gewinner für mich. Gibt es jetzt nur noch eine große Challenge, die heißt Überleben. Geil. 14 Tage lang draußen in der Wildnis klarkommen. Es ist geil. Warum haben wir uns dafür entschieden? Es ist so geil. Ihr müsst euch vorstellen, wie ihr habt ja schon gesehen, dass man in so einer Situation immer in einen Nahrungsmangel kommt. Selbst wenn man dort was findet, was fängt und so weiter, der Körper stellt sich um, der Körper wird schwächer, müder, die Leistungsfähigkeit sinkt. Und die Tageschallenges haben immer extrem viel Zeit, Energie und alles mögliche gekostet. Es waren natürlich auch, teilweise waren coole Sachen dabei, aber ich fand, es waren auch sehr viele unnötige Sachen dabei. Und der Fokus wurde für meinen Geschmack zu sehr auf eine Gamification gerichtet, als auf das eigentliche und wirkliche Leben, beziehungsweise Überleben in der Natur. Ob man es nun Survival, Bushcraft oder was auch immer nennen möchte. Aber dadurch, dass wir keine Challenges mehr haben, kann der Fokus jetzt komplett sein auf mal wirklich richtig geilen Shelterbau. Weil die Leute sind 14 Tage draußen auf Nahrungsbeschaffung. Ich glaube, dass wird diese Staffel wahrscheinlich sogar der Schlüssel zum Erfolg, ob du es schaffst oder nicht. Wir erinnern uns an die Abholung von Staffel 1 und Staffel 2. Wie waren die Leute drauf? Teilweise 7 bis 10 Kilo abgenommen, komplett ausgemagelt, kraftlos. Irgendwie gerade so noch bis zu 7 Tagen durchgehalten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was glaubt ihr, wie viel von diesen Leuten hätten noch mal 7 Tage geschafft? Und genau aus diesem Grund soll der Fokus einfach mehr auf den echten... Finde ich eine wunderbare Entscheidung. Finde ich wirklich eine wunderbare Entscheidung. Und auch, glaube ich, was für viele von den tendenziellen Survival-Content-Enjoyern, also den Survivalists da draußen, die Leute, dass deren Content ist. Ich glaube, das ist auch nochmal schöner, dass die, das ist, glaube ich, auch einer der Mängelwahlen, dass da halt so wenig in der Richtung stattgefunden hat. Ich glaube, die kommen dann auch richtig zu ihren Kosten, weil halt dann die Zeit auch gegeben ist, dass man sich da halt intensiver beschäftigt. Sei es Kaninchenfallen zu bauen oder geileren Shelter, Feuerplätze, vielleicht auch andere Projekte, die einem irgendwie das Leben so ein bisschen erleichtern. Wenn du dir unbedingt einen Fluss bauen willst, weil das sinnvoll ist zum Angeln oder weil du auf eine andere Seite von dem Fluss kommen willst, dann mach das. Ist ja ein geiles Projekt. Aber wir wollen nicht mehr diese gezwungene Gamification, wo quasi Zeit und Energie einfach nur in irgendwelche, ja, Sachen investiert wird, wo dann Leute irgendwelche Aufgaben erfüllen für irgendwelche Punkte. Ich meine, wir brauchen uns ja nur an Panama zurückerinnern, ja. Sabrina hatte irgendwann nicht mal mehr Kraft, ihren Shelter irgendwie aufzubauen, ja. Knossi hatte irgendwann eine völlige Halluzination, Sascha war ständig übel, war auch deutlich schwächer und so weiter. Und ja, die Frage ist, wenn die ganzen Challenges und die Energie dafür wegfällt, was kriegt dann ein Zweimann-Team dort draußen gerissen, was, ja, das Überleben verlängert und sichert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, irgendeinen Gewinner zu küren und irgendwelche Punkte zu sammeln, sondern alle Teams, die 14 Tage durchkommen, sind quasi Gewinner der dritten Staffel. Das ist geil, das ist geil. Und da muss man aber auch ganz klar dazu sagen, jeder einzelne Teilnehmer, beziehungsweise jedes Team, ja, die sich dieser Herausforderung stellen und dort ihr Bestes geben, sind für mich schon Gewinner. Finde ich halt auch. Das ist halt auch das, was, glaube ich, super viele Leute auch in den letzten Staffeln irgendwie nicht so gecheckt haben. Weil die Erfahrungen, die die Leute dort machen, sind einfach prägend. Und ich glaube, ihr könnt auch die alten Teilnehmer fragen auf Instagram, in ihren Streams, wie auch immer. Und jeder davon wird es bestätigen, dass es eine ganz spezielle und besondere Erfahrung ist. Kann sich niemand vorstellen. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. So, nächster wichtiger Punkt auf der Agenda ist natürlich ganz klar die Location. Und wir haben uns ja auch in Staffel 1 Gedanken gemacht, wir haben uns auch in Staffel 2 schon Gedanken gemacht, wo wir hingehen wollen. Und ein Ziel, eine Region auf dieser Erde ist eigentlich schon von Anfang an irgendwie auf dem Plan. Wir haben auch schon während der zweiten Staffel darüber gesprochen, heimlich im Hintergrund, welches Land wir wählen würden, welche Region, wenn es denn eine dritte Staffel geben würde. Das heißt, für euch jetzt was Neues, für uns steht das Ganze eigentlich schon sehr, sehr lange fest. Es ist Kanada, beziehungsweise Alaska. Geil, sehr geil. Ja, diese beiden Länder sind irgendwie für mich der Inbegriff von Wildnis, von Outdoor, von Abenteuer, von Survival. Ich selbst, das ist eigentlich der Gag an der Sache, war noch nie dort, will es aber natürlich auch unbedingt. Und ja, was würde da besser passen als eine dritte Staffel? Ja, vom Klima her sind wir wahrscheinlich ähnlich wie in Schweden, von den Temperaturen und vom Wetter her. Boah, da beneide ich die neuen Teilnehmer echt drum. Ich glaube, das wird eine ganz malerische Landschaft. Das ist, glaube ich, sehr nice. Ich glaube, da hat man auch mehr Bewegungsfreiheit. Ich glaube, das ist sehr cool. Kommt natürlich auch darauf an, ob man weiter nördlich ist oder südlich. Denn ja, Alaska und Kanada ist groß. Ihr merkt aber schon, ich spreche die ganze Zeit von zwei Ländern, das passt ja irgendwie nicht. Denn Stand jetzt haben wir noch nicht zu 100% eine feste Location. Die gibt es noch nicht. Im Hintergrund laufen schon Recherchen. Es wird demnächst Scoutings geben, wo genau man das Ganze macht. Es geht natürlich auch dann um die Infrastruktur mit dem Orga-Team, mit den Rettungsketten. Gibt es dort irgendwie Helikopter vor Ort und so weiter. Ja, oder Boote. Was gibt es für Möglichkeiten? Tierwelt. Von daher, wir wissen auf jeden Fall, dass wir das unbedingt, dass auch die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen. Aber final, wo, auf welchen Pin genau, steht Stand jetzt noch nicht fest. So, und jetzt fragt sich natürlich jeder, nachdem ich hier schon die ganze Zeit über alle möglichen Themen rede, wer sind die Teilnehmer? Welche Teams wird es geben bei Staffel 3? Wir haben uns im Hintergrund schon ein bisschen Gedanken gemacht und so ein paar Wunschkonstellationen rausgesucht. Aber, uns würde natürlich auch extrem interessieren, wen wollt ihr dort gemeinsam sein? Würde mich auch interessieren, alle YouTube-Watcher, was geht? Schreibt gerne mal in die Kommentare. A von Algorithmus natürlich, weil man gönnt ja. Und B, würde mich echt interessieren, auf wen ihr Bock haltet. Also, wo ihr sagen würdet, das wäre crazy. Eure Duos, die unbedingt in der dritten Staffel mit dabei sein sollen, schreibt es auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare. Und auch ganz wichtig, schreibt gerne mal eure Begründungen dazu. Also, warum sind diese beiden, die ihr euch da aussucht, die perfekten Kandidaten? Das Schöne ist, morgen gibt es direkt ein weiteres Video und zwar zur neuen Gegenstandsregelung. Und ihr könnt euch vorstellen, wer hätte es geahnt, auch hier wird mal wieder alles ganz ganz... Ich bin so gespannt. Also, deswegen auf jeden Fall den Fritz Meineke Live-Kanal, auf dem ihr gerade seid, abonniert. Ich hoffe, Robert Mark Lehmann. Ich hoffe, dass Robert Mark Lehmann diesmal dabei ist. Das ist tatsächlich, das ist ein Wunschdenken von mir. Und natürlich auch den offiziellen Seven vs. Wild-Kanal, der auch nochmal unten verlinkt ist. Und dann würde ich sagen, tschö, wir sehen uns. Ja, geil. Crazy. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr gespannt auf die neue Staffel. Was für Teilnehmer wird es geben? Was für Konstellationen, ja, wegen der Sätze, wie es für Gegenstände es geben wird. Also, ich freue mich. Ich bin krass gespannt. Ich finde es auch vom... Also, die Location richtig geil. Das ist richtig geil. Das stelle ich mir richtig krass vor, weil die erste Staffel hat schon gut reingekickt, auch von der Szenerie her und so. Wenn das irgendwie ähnlich wird. Ich glaube, das ist mega, mega, mega geil. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, ihr habt mir eine wunderbare Reaction darauf gefallen. Und ihr wisst auch, schreibt gerne rein, wen ihr als Duo sehen würdet. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.